Ab ungefähr 1948 hat er auch farbige Filme gemacht. Er hat nicht einfach darauf losgefilmt, sondern er hat sich immer bemüht, die einzelnen Filmszenen in Drehbüchern zu entwerfen. Seine Filme zeichnen sich aus durch eine ruhige Kameraführung und gut gewählte Einstellungen. Gewisse Filme sind vom Schweizer Fernsehen und von professionellen Firmen übernommen worden, z.B. von Fotostock-Panoramfilms in Genf. 1950 hat er einen Auftragsfilm für die Schifffahrtsgesellschaft für Waldstettersee und für das Verkehrsbüro Luzern gedreht. Dr. Heinrich Futter von Condorfilmen in Zürich hat als Experten mitgewirkt. Der farbige Werbefilm von Luzern ist allerdings nie fertig geworden. Da haben offensichtlich zu viele Fachleute mitgebracht. Vom Luzerner Verkehrsbüro ist Josef Roman Waltert als bekannten Luzerner Filmamateur auch im Ausland empfohlen worden. So in Chicago und in Kopenhagen. Auch hat er als Jurymitglied als Schmalfilmwettbewerb mitgewirkt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind Zensurvorschriften für Kinofilme und auch das allgemeine Fotografierverbot aufgehoben worden. Am 13. Oktober 1947 ist die Vereinigung Schmalfilmfrönd Luzern gegründet worden. Vorher gab es nur eine lose Interessegruppe. Als Vereinsmitglied hat man die Zeitschriftenabonnement vom Bund Schweizer Filmamateurclubs bekommen. Die Aktivmitglieder haben sich im Monat einmal zu einem Filmabend getroffen. Die Gönnermitglieder wurden jährlich zu vier bis fünf Vorführungen eingeladen. Initiant und erster Präsident der Schmalfilmfrönd Luzern war der Coiffeur Ernst Heller. Josef Roman Walthert war Gründungsmitglied und hat als ersten Vizepräsident geamtet. Unter Vereinsmitgliedern wusste man sich gut leicht. die Welt grüßt. » Deine